Und weiter geht's hier bei der 4X-Beziehung mit eurem Krabbe und der dritten Spezial-Episode zu den Final Fantasy 1 Dawn of Souls Dungeons. Wir stehen schon an der passenden Stelle, jetzt geht es in die Windflüsterhöhle. Und das kann verdammt lange dauern, glaube ich. Weil die werden noch länger. Ich hoffe, das klappt alles in einer Episode nicht, dass wir die Specials vielleicht auch aufteilen müssen. Schauen wir mal. So, das Chaos, das das Luftschloss besitzt hielt, ist vernichtet. Es muss die Kraft unserer Vorfahren gefürchtet haben und hat er den Höhleneingang versiegelt. Ja, die Truppe ist soweit bereit. Ich habe, als ich die letzte Folge ein bisschen geschnitten habe, noch die Truppe gelevelt als Zeitvertreib. War jetzt nicht unbedingt nötig, aber ich hatte halt Langeweile. Und das Schneiden hat halt ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Wer weiß, ob das diesmal nicht auch wieder so ist. Warten wir mal ab. Gut, ähm, haben wir denn genug bei? Ja, ich habe eingekauft. Perfekt. Also sind wir bereit, alles platt zu machen, was sich uns in den Weg stellt. Oh, eine Truhe. Toll, Geld. Die wäre doch nicht nötig gewesen. Ja, ich nehme übrigens wieder einiges am Stück auf. Also jetzt nicht genau am Stück, aber innerhalb von ein paar Tagen. Ich weiß jetzt auch noch nicht, wann diese Folge rauskommt, aber um das zu verdeutlichen, wir haben heute den 16.05. eigentlich wollte der Basti heute auch seinen ersten Stream starten. Allerdings hat er Fieber. Es geht ihm nicht so gut. Und ich hatte eigentlich auch erst vor, die Folge am 17. aufzunehmen, am Donnerstag. Aber weil er stattdessen halt morgen dann streamen möchte, sofern es ihm dann dann wieder gut geht. Schauen wir mal. Wir werden es ja, wenn diese Folge ausgestrahlt wurde, dann wissen. Aber deswegen habe ich dann meinen Aufnahmetermin einfach mal auf heute verschoben. Oh, ein Protestring haben wir aber schon. Wobei, Quatsch, wir haben den Protectring, nicht den Protestring. Wobei, vielleicht haben wir auch den Protestring schon. Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich habe halt an den Protectring gedacht. Ja, ich habe jetzt auch langsam Lust, Final Fantasy 1 abzuschließen. Deswegen nehme ich ja in halb kürzester Zeit so viel dazu auf. Vielleicht klappt es sogar, dass ich in dieser Woche noch das vierte Dungeon schaffe. Schauen wir mal. Ich meine, euch wird es nicht stören. Die Folgen kommen ja sowieso erst später. Ob ich das jetzt noch diese Woche aufnehme oder dann nächste Woche oder wann auch immer. ist für euch ja egal. Ach. Mein Hassbereich. Also jetzt nicht an sich, aber deswegen war ja hier diese ekelhaften Elementarmagier waren, als wir mal in so einer Eishülle waren. Oh, da ist eine Truhe. Oh, so was tobes. Ich glaube, wenn wir fliehen würden, würde das auch schneller gehen, aber habe ich ja keine Lust drauf. Ist nur etwas blöd, weil die uns ja auch kaum Erfahrung geben. Wir können ja mal schauen, wie viel die jetzt an Erfahrung ausspucken. 125, das ist das ist ja gar nichts. Ja, die machen aber auch langsam alle guten Schaden. Das freut mich. Die drei Nahkämpfer alle über 500, selbst der Flo macht an dem kleinen Vieh 313. wenn das nicht mal eine Hausnummer ist. Ich glaube, wir sind die falsche Seite entlang gegangen. Ich meine, ich bin ja schon gar nicht mehr drauf aus, in diesen Gebieten jede Truhe zu bekommen und jeden Weg zu gehen, aber wir schaffen es trotzdem immer wieder, genau die Wege zuerst zu gehen, die uns nicht in die nächste Etage bringen. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber kann man halt nichts daran ändern. So, schon wieder ein Zufallskampf. Ich muss auch unbedingt dran denken in die Beschreibung. Achta. ob wir das wohl gerade auch schon sehen konnten. Das wäre echt bitter, wenn das der Fall wäre. Aber ich muss unbedingt in die Beschreibung packen, an welchen Stellen die Bosskämpfer kommen. Dann kann wer auch immer sich das ansieht direkt dahin switchen und wer dann doch Bock hat, sich das Ganze zu geben, der kann das gerne tun. Also ich persönlich, ich wüsste jetzt nicht, ob ich Lust dazu hätte. Glaube eher nicht. Hey, oh, was ist denn das? Turngolem. Sah ich nicht unheimlich stark aus, aber in Wahrheit war ich recht zerbrechlich. Dunkelritter. Früher war ich ein angesehener Ritter im Dienste seiner Majestät. Geist. Nein, nicht. Bitte keinen heiligen Zauberspruch in meiner Gegenwart sprechen. Oh. An diesem Ort versammeln sich die Seelen derjenigen, die ihrem einstigen Dasein nicht entsagen können und noch immer profane Wünsche hegen. Kämpfer des Kristalls schenkt ihnen Gehör und erleichtert ihren Kummer, damit sie ihre Reise ins Totenreich fortsetzen können. Uiuiui. Skeleton. Skeleton. Ich war sehr wehleidig. Deswegen mochte ich gewalttätige Auseinandersetzungen nicht. Uiuiui. Ständig musste ich meine eigenen Körperteile wieder aufsammeln. Lustig. Minotaurus. Mich haben alle nur gehänselt, weil ich nicht zaubern konnte. Wer braucht schon so einen Hokus-Pokus? Nur Muskelschmalz zeugt von wahrer Stärke. Ja, von solcher Stärke, dass unser Spiel wieder abfuckt. Naja, Sahagin. Ursprünglich habe ich unsere Heimat verlassen, um einen Blick auf unsere Prinzessin zu erhaschen. Teufelsross. Eigentlich wollte ich ja schon immer als Mensch geboren werden. Hoffentlich werde ich in meinem nächsten Leben ein hübscher Jüngling. Iiuiui. Goblinwächter. Mein Krummschwert ist eine Sonderanfertigung. Aber niemand hat mein tolles Schwert zu würdigen gewusst. Junge, Junge, das sind ja einige hier. Gargoyle, vom Fliegen habe ich genug. Ich will bodenständiger werden. Wie witzig. Oga, ich wollte doch auch so gerne zaubern, aber ich konnte mir die Sprüche einfach nicht merken. Och, der Arme. toll, warum ich immer meinen Kopf zwischen den Händen gehalten habe. Weil ich permanent Migräne hatte, verdammt. Gut zu wissen. Astos, gebt mir meinen Schatz wieder zurück. Oh. Ach, den kennen wir doch noch. Aha. Da will wohl jemand richtig auf die Fresse, ne? Oh, netter Versuch. Die Truppe ist leider etwas stärker geworden. Damals hat er doch auch den Stefan getötet mit Exitus. Tja, so kann sich das Blatt wenden. Stefan kann man nicht mehr so leicht töten. Ich verfluche euch bis ans Ende eurer Tage. Uiuiui. Na, wen haben wir hier? Medusa. Ich konnte mich nicht mal im Spiegel angucken, um mich schön zu machen. Ein Blick in den Spiegel und ich hätte mich selbst versteinert. Goblin, ich habe immer am meisten abbekommen, aber mit mir konnte man es ja machen. Ich war ja eh nur ein unwichtiger Goblin, nie werde ich ein Held sein können. Oh, der Arme. Mumie, wozu hat man mich wieder zum Leben erweckt, wenn ich am Ende an so einem komischen Ort lande? Ich will zurück in mein Mausoleum. Junge, Junge, Grafikfehler vom Feinsten. Fiskodämon, mein Leben ist verwirkt, dabei wollte ich doch ein teuflischer Magus werden. Ja, die ganzen Sachen, die wir weggeklatscht haben. Löwenherz. Steigert die Konstitution. Wer hat denn 44, 25, 32, 38? Dann bekommt das der Maxi. Hilgigas, wer braucht schon die Magie? Ich bin Hilgigas und die Körperkraft ist mein Verbündeter. Oh, ich glaube, da müssen wir nochmal jemanden bekämpfen. Dunkelmagier, oh, diese Wichser. Ständig wurde ich mit dem Dunkelkrieger verwechselt. Ich bin Magier und kein Krieger. So, du möchtest doch bestimmt aus Maul, nicht wahr? Vampir, ihr hier, dann kann ich endlich meinen Bluetooth stillen. Ich will Rache. Och, wie niedlich. Daneben. Todbringer, Todbringer, Gebieter. Tja. Und die nächste Etage. Schauen wir mal, ob ich das vielleicht sogar zweiteilen muss heute. Vielleicht sogar schon heute und ich erst bei der nächsten Folge Augentropfen. so. Ich hoffe, ich gehe jetzt richtig und wieder zu irgendeiner Sackkasse oder irgendwas Unwichtigem. So ein bisschen nervt meine Stimme gerade auch wieder. Was verkratzt. Naja. So, was haben wir denn hier? Irgendwas, was wir nicht mehr tragen können. Ach, müssen das denn so viele sein? Jetzt irgendwie so ein Turbo einstellen, das wäre es, dass die innerhalb von einer Sekunde liegen. Das wäre echt praktisch. Das wird die ganze Sache auch enorm verkürzen, aber machen wir nicht. Ich hoffe, in der Truhe ist was sinnvolles. Toll. Das hätte ich mir auch sparen können. Ach ja. Ah. Das ist das Tolle an diesem Dungeon, dass so ein paar Mal ein kleines Städtchen kommt, bei dem man Items kaufen kann und die Truppe eine Runde schlafen kann. Ich meine, jetzt wäre es noch nicht nötig gewesen, aber es kann sich ja noch ändern. weiss weiss auch nicht. Ich glaube, wir haben ja noch alle Items, die wir brauchen, von daher sollten wir nicht Zeit verplempern, sondern zackig fortfahren. Hallöchen. Er sagt nichts. Sie bewegt sich nicht mehr. Ihr fehlen Bauteile. Bitte helft suchen. Okay. Nichts brauchbares. Nichts brauchbares. Roboter schultern. Hey. Das erste hätten wir. Es fehlt immer noch etwas. Was haben wir denn hier? Nichts brauchbares. Und wieder nichts brauchbares. Ja, schade, ne? Wird mir leid für dich. Um Gottes her. es sieht nicht gut aus. Mensch, alles ist unbrauchbar. Elfenstaub. Ja, da haben wir auch noch was. Junge, Junge, Junge. da ist ja gar nichts zu finden. Okay, hier unten haben wir alles, nicht wahr? Dann einmal hier rundherum. Da geht's nicht weiter. Oh, Junge, wenn ich schaue, wie viel Zeit schon verstrichen ist. Ich glaube, das wird nichts. Ach, sie hatten wir das schon, ne? Mit einer Folge. ist ja gar nicht jetzt ist das doch die Grafikfehler scheiße. Was ist denn heute los? Kann ja wohl nicht wahr sein. Roboterarme. Roboterarme. Dann haben wir, glaube ich, auch alles kontrolliert. Ich hoffe, das war's. Sie bewegt sich wieder. Ich bin so glücklich. Vielen Dank. Wohin des Weges, meine Herren? Ja, freu dich. Und tschüss. Ich glaube, es geht weit zum Boss. Hermes-Stiefel. Die haben verhast gesorgt, nicht wahr? Verhast. Hermes, Hermes, Hermes. Schlechter Lieferdienst. Ja, da. Ach, da ist's. Perfekt. Da ist ja schon die zehnte Etage. Schauen wir mal, wo es jetzt zum Boss geht. Ja, nicht. Ach, da. gut, dann die Truppe ist gut dabei. Ops, das sollten wir nicht speichern. Und auf geht's. huaah. Oh, Typhoon. Dann Angriff. Mumm. Past. Typhoon kann doch bestimmt irgendwas mit Wind. Ähm. Gibt's aber nicht, ne? Ex-Eis, ex-Foi, ex-Blitz. Dann kann er bestimmt ex-Blitz. Geh ich jetzt mal ganz stark von aus. Oder ex-Eis. Setzen wir mal auf ex-Blitz. Das hat gar nicht mal so viel Schaden gemacht. Schnauben? Arschloch! Dummes Arschloch. Aber wenn du glaubst, das wäre so einfach, muss ich dich enttäuschen. Dafür haben wir ja jetzt den Erzengelzauber. Das ist Full-AP-Comeback. Da ist er wieder, der Stefan. Hat sein Comeback gegeben. Dann... Moment. Du hast es ja drauf angelegt. Riesenhandschuhe. Effekt verstärken. Effekt mummen. Effekt hast. Und... Was setzen wir denn mal noch ein? Könnten wir vielleicht das mal machen? Mal gucken, ob es funktioniert. Okay. Antizett, so. Nee, hat nichts gebracht. Angriff, Angriff, Angriff. Ja, das sieht schon anders aus. Och, das hat ja kaum was ausgerichtet. Ha, daneben. Geht ja doch, dass das daneben geht. Jetzt probier ich mal was aus. So, Riesenhandschuhe auf. Sich selbst, dann nochmal mummen und nochmal hast. Und greif mal an. Mal gucken, ob sich das auch stacken lässt. Oh, Alter, du blöder Wichser, ey. Was ein dummes Arschloch. Ich glaube, der Stefan greift jetzt nur noch so an. Angriff. Wir probieren es einfach mal aus. So, Riesenhandschuhe und nochmal mummen und Angriff. Tja, daneben, du Arschloch. So, der Stefan kann dann ja mal auf sich selbst nochmal den Warmbanden den Protect ringen, äh, nicht den Protect, den Riesenhandschuhe Angriff und bitte einmal mummen auf den Stefan und Angriff. Ja, das sieht doch schon ganz nett aus. Auf den Stefan musste echt nichts wirken. Das ist der Helle Wahnsinn. Jetzt probieren wir mal, ob wir den Maxi weiter verstärken können. Da bin ich jetzt mal gespannt. Der Maxi scheint hier unser Schlüssel zum Erfolg zu sein, weil der Stefan sich ja immer weg, äh, schnaufen lassen muss, äh, schnauben. Okay, das hat anscheinend nicht mehr verursacht. Wie sieht's denn mit Hast aus? Lässt sich das vielleicht stacken? Oh! Huiuiui! Angriff. Angriff. Komm, nochmal mumm. Sind wir ja mal gespannt. Tja, Arschloch. Und tschüss. Hat der Maxi dich weggeklatscht? Oh, der Genji-Helm. Lass mich raten, ist nur für Stefan. ein robuster Helm unbekannter Herkunft. Ah, nee, der Maxi kann den auch tragen, aber es würde seine Angriffskraft verringern. Hm. Ach komm, aber für plus sechs und plus zwölf nehmen wir das jetzt mal in Kauf, dass es dann minus fünf gibt. so machen wir das. So, Boss Nummer eins hätten wir. Mehr kann nicht getragen werden, dann halt nicht. hoffentlich gehen wir richtig. Und lass es den richtigen Weg sein. Aber das war gerade schon sehr schön anzusehen, wie Maxi da 2600 Schaden rausgekloppt hat. Wenn das nur immer so wäre. Echo Kraut. Oh, lass es. Ja, perfekt. Final-Elexier. Warum nur? Ja, hier gibt es also wieder Gegner, die man ansprechen muss für Kämpfe, wie auch schon im ersten Dungeon. Gut, der ist weg. Ja, bitte jetzt auch noch nebenbei lauter Zufallskrämpfe. Das hat die Welt gebraucht. Nee, 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 kannst nicht mal. Oh, Wüstenskorpion. Und das in, ja, in so einer wässrigen Halle ist ja etwas komisch. Oh. Hm. Oder gehen wir dem Maxi doch das Stirnband zurück. 63. 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 64. But then hat er keine Schleife mehr. 65. We riskieren's einfach mal. Ich mein, der Stefan ist gerade trotz Schleife hat's nicht mal gestorben. Da können wir dann auch das Risiko eingehen. Boysin den Maxi, den hätte ich gerne ziemlich auf Schaden ausgerichtet. Also so gut es geht. Wenn das schief geht, kann man das ja immer noch switchen. Oh. Es ist ein Privileg der Rotmagier, dass sie sowohl die weiße als auch die schwarze Magie beherrschen. Allerdings ist es sicherlich kein einfaches Unterfangen. Rote Magie ist nicht existent. Pfff, Schwarzmagier. Wir sind die wahren Kämpfer unter den Magiern. Oh, nicht wahr Basti? Wollt ihr in die Künste der schwarzen Magie eingeweiht werden? Toll. Können doch alles. Wollt ihr in die Künste der weißen Magie eingeweiht werden? Ja. Ich glaube es macht keinen Sinn jetzt hier mit allen möglichen Leuten zu sprechen. Weil die können ja schließlich alle Zauber. Ja, aber eine Runde pennen können sie. Ich müsste jetzt mal drauf achten, ob die Zauber vielleicht hier günstiger sind. Aber, ich meine, wenn man 998.999 Geldmenge hat, dann muss man sich darüber keine Gedanken machen. X-Potion. Und da ist auch noch eine Truhe. Können wir aber nicht mehr tragen. Wer weiß, was das wieder war. Sind wir da schon reingegangen? Ah, ja. Perfekt. Koffein-Trunk. Ja, schauen wir mal, was als nächster Gegner dann kommt. In der 20. wird's dann ja wohl sein. Etage. Ich hoffe, wir bekommen die Folge in so maximal anderthalb Stunden hin. Das wäre für mich das höchste der Gefühle. Vielleicht klappt es. Ja, echt schön. So. Ich hoffe, da geht's gleich weiter. Die Truhe ist auch okay. Also diese Elementare, die... Ich weiß nicht. Also, die haben kaum was drauf. Oder wir machen die einfach viel zu schnell platt. Lichtschleier. Da wieder ein Goblin wegklatschen. Der kann sich dann anschließend als Geist bei uns ausheulen. Och, nö. Da geht's nicht weiter. Scheiße. Haben wir wieder den falschen Weg gewählt. Immer so unnötige Kämpfe. Immer so unnötige Kämpfe. Kämpfen, kämpfen. Dann halt hier weiter. Scheiß auf die Truhe. Ich glaube, da waren wir schon dran. Und wenn nicht, ist es auch egal. Hey, inzwischen sind alle Level 73. Junge, Junge. Es kommen halt einfach viel zu viele Zufallskämpfe. Was willst du machen? Ich meine, selbst der Flo hat schon 999 HP. Und der Basti ist auf dem besten Weg dahin. Oh, Todes-Gorgo. Das ist ja super. Fängt doch schon mal gut an, dass die fliegen. Aua, blödes Arschloch. Darf der Letzte auch noch angreifen? Nee, der flieht. Finde ich gut. Oh, geht's hier weiter? Natürlich nicht. Ah, da. Windflüsterhöhle. Das sieht doch auch ganz nett aus. Gut, vielleicht treffen wir auf Yardis. Haha. So, hoch. Gehen wir hoch. So, vielleicht hier. Nee, da auch nicht. Oh, was ist denn da? Ich muss gleich mal gucken, auf welcher Etage wir sind. Ob es noch lange zum nächsten Boss dauert. Oh, bitte lass es hier irgendwo in die nächste Etage gehen. Natürlich nicht. Ja. Ach, die Scheiße kannst du dir doch jetzt auch echt sparen. Das Beste, was du hättest machen können, wäre zu fliehen. Aber du wolltest unbedingt auch die Schnauze bekommen. Und so ist es dann halt. So, 16. Im Gottes willen erst 16. Das geht ja sehr schleppend voran. Jetzt klatscht doch die LM-GIGA-SPEC. Das kann doch nicht wahr sein, dass die Fatzken zuerst dann greifen dürfen. Was soll denn das? So aber nicht, Freunde. Muss ich mal später gucken, was da los ist. Mehr kann nicht getragen werden. Schade. Schade. Dann hier weiter. Revenant. Weg mit euch. Genau. Einfach fliehen ist das Beste, was ihr machen könnt. Ein 17. Untergeschoss. Kaffeentrunk. Mehr kann nicht getragen werden. Ich meine, so eine schnelle. Ein schnelles Untergeschoss wäre doch auch mal was Schönes. Eine Rotschleier. Und jetzt noch ein Angriff-Vortrag. Perfekt. So, da sind wir schon in der 18. Etage. Oder im 18. Untergeschoss. Es geht richtig gut voran. Gerade. So, hier rechts hin. Das ist hohe. Toll. Und ein Hinterhalt. Ja, ja. Komm, lass dich doch einfach wegklatschen, um gut es. Turbo. Ist das was Dauerhaftes? Steigert die Agilität. Der Maxi. Der wird zwar sowieso mit der schnellste sein als Dieb. Aber das kann man ja nicht noch verbessern. Oh, bitte. Ja, perfekt. Wir sind schon auf Untergeschoss 19. Im 19. Untergeschoss. Ha. Abgewehrt. Versager-Python. Sommersträhne. Sommersträhne. Die Sommersträhne hat den maximalen MP-Wert erhöht. Ähm. Kriegt das der Maxi. Ja. Schwarzgoblin kann weg. Eine Truhe. Ein Weißzahn. Na, natürlich. Das war doch 100 pro ein vordefinierter Kampf. Na ja. Goldapfel. Und Augentropfen. Bin ich ja mal gespannt, was uns gleich für einen Gegner erwartet. Aber die schlimmsten, die kommen dann im vierten Dungeon. Was ja von der Reihenfolge her eigentlich das dritte wäre, glaube ich. Weil das hier halt zu Tiamat gehört und das andere zu Aquadon. Das dritte, da ist ein richtiger Knaller. Beziehungsweise zwei Knaller. So, dann High Potion. Und noch eine normale. Ja, dann kann's weitergehen. Zeit, den nächsten Gegner zu klatschen. Was? Wie habt ihr es bis hierher geschafft? Ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ich mach euch fertig. Na, versuch's. Orthros. Der sieht ja scheiße aus. Dann. Oh, der erhöht den HP-Wert. Können wir ja den Basti gleich mal geben. So, verstärken. Mumm. Und. Hast. Und der Floh legt erstmal mit Transpalus. Mal schauen, ob's was bringt. Uiuiui. Ja, da sollten wir schauen. Mal schauen, ob wir jetzt beim Stefan vielleicht was decken können. Komm, nochmal. 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 Und. Der Floh macht erstmal Proterra. Ey, lass den Basti in Ruhe, du Arschloch. So, jetzt beginnt die Zeit des Angriffs. Angriff und Mumm und Hast. Und. Und. Bitte einmal den Basti heilen. Ja, 3146. Das sieht man doch gerne. Tinte. Ha, daneben. Angriff. Dann vielleicht nochmal. Hast und Mumm und. Jo. Was macht denn der... Floh jetzt vielleicht mal Exal auf den Basti. Schön, schön, 3848 oder was das war. So, und jetzt Angriffswelle. Wir könnten uns zwar noch besser buffen, aber... Alter! Um Gottes Willen haut der rein. Jetzt muss der Floh sich aber heilen. Jo. Das war's wohl für Orthros. Und einen Stab erhalten. Ui, der... Ist ja besser als Thor's Hammer. Schön. Und... Dann muss der Floh sich jetzt aber mal heilen. Komm, schieb den Vitarga rein. Gut. Nein, nein, um Gottes Willen. Nein. Hier soll's weitergehen. Jetzt kommt... Jetzt kommt... Och, wie niedlich. Ach, ihr seid ja putzig. Und wieder Endgigas. Jetzt hat der Floh natürlich keine Waffe mehr mit Glitzschaden, aber... Dafür macht seine Waffe an sich mehr Schaden. Ist ja auch was. Och, ihr seid so niedlich. Sind sie nicht goldig, meine süßen Riesenbiber. Ich hab sie alle alleine großgezogen. Einige waren unartig und müssen zurück in ihre Räumlichkeiten. Helf mir doch, sie zu fangen. Eins in den rechten und zehn in den linken Raum. Gebt mir Bescheid, wenn ihr fertig seid. Rechts. Links. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Nein. So eine Scheiße. So eine Kacke. Verklickst du dich einmal und dann passiert sowas. Sommersträhne. Wo sind denn jetzt die Räumlichkeiten? Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Müsste passen. Und wir müssen halt jetzt leider einmal rüber gehen und einen da rausschicken. Ärgerlich sowas. Ärgerlich sowas. Einmal nicht aufgepasst und dann Peng. Ja, raus mit dir. Gut. Eins in den rechten und zehn in den linken. Seid ihr schon fertig? Ja. Lasst sehen. Sehr gut. Herzlichen Dank. Das ist eine kleine Belohnung für eure Bemühungen. Ich zähle auf euch, wenn ich mal wieder Hilfe brauche. So, 22. Untergeschoss. Ich habe jetzt erstmal einen Lichtschleier gefunden. 560 Jill. Oh, der Sense, Mann. Für ein Ende hat es wohl nicht mehr gereicht. Okay. Antizett. Schiebst du dir doch sonst wohin? Ja, den Endgigas, den können wir jetzt auch plätten. Dies soll es auch anders sein, als ob es der richtige Weg gewesen wäre. Okay. Ui, der Flo hat den Level ab, dann haben die anderen gleich auch eins. Oh, Junge, das eine Vieh. One hittet das erstmal fast den Flo. Um Gottes Willen. Das gefällt mir gar nicht. Ah, da geht's weiter. So. Gehen wir hier durch. Riskieren was. Ah, perfekt. Wir spielen verstecken, aber ich kann einen von uns einfach nicht finden. Könnt ihr mir helfen? Wie, mogeln gilt nicht? Och, bitte. Ich verrate euch da noch ein Geheimnis. Ach ja, der Junge, den ich suche, hat blaue Haare. Eigentlich müsste er schnell zu finden sein. Ach, toll. Zählt dieses Türkis als blau? Hey, wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Und hey, das Spielzeug von dem Jungen will ich auch haben. Alter, nicht ernsthaft. Blau. Wir suchen blau, blau, blau. Das ist auch kein blau. Da haben wir auch kein blau. Das ist blond. Das ist schon wieder blond. Wir gehen auch irgendwie überhaupt nicht systematisch vor. Was soll's? Scheiß doch drauf. Auch nicht blau. Vielleicht auch mal andere anquatschen, weil ich sehe auch hier überhaupt keinen mit blauen Haaren. Hier sind einige, aber auch keiner mit blauen Haaren. Nur diese Leute mit ihren Türkis-Haarfarben. Jetzt habe ich doch glatt vergessen, was ich überhaupt gesucht habe. Das kommt auf einmal, wenn man die ganze Zeit rennen muss. Tja. Tja. Vielleicht mal hier rein. Dann nehmen wir hier rein. Da auch nicht. Ach, da ist das Arschloch. Hey, ihr spielt doch gar nicht mit. Das ist gemein. Halt die Fresse. Verpiss dich einfach. Ah, kannst vor sein, dass du nicht von unserem Schwert aufgeschlitzt wirst, du blödes Arschloch. Hier unnötig Arbeit verursachen. Ich glaube, ich spinne. Oh, eine Scheiße. Jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Wir werden das schon eh irgendwie schaffen. Ach, geh doch weg, du Arschloch. Hm. Na toll, dann sind wir wieder da. Er sieht ja, wenn man nicht mehr hin will, dann kommt man tausendmal da hin. Ah, da waren wir doch auch schon. So, jetzt vielleicht hier ran. Hm. Sind wir wieder da. Ich geh jetzt auch nicht gerade systematisch vor, aber ich hab auch keinen Bock jetzt irgendwie zu markieren. Da bist du reingegangen, kommst da raus und hier und da. Ich will einfach, dass die Kacke möglichst schnell vorbei ist. Was natürlich jetzt den exakt gegenteiligen Effekt hat, aber naja. Dann ist das halt so. Und wir wieder hier. Geht doch. Da hat er also gesteckt. Super, vielen Dank auch. Ja, sieh zu, Arschloch. Oh, beinahe hätte ich es vergessen. Dort in der Ecke gibt es eine Treppe, die nach unten führt. Ja, 25. Das Untergeschoss. Ein Hinterhalt. Dafür gibt es jetzt richtig auf die Fresse, mein Freund. Hoffentlich lohnt sich das. Sommersträhne. Kraftbolzen. Vampirzahn. Turboeter. Und ein bisschen Geld. Heilung. 150 MP. Effekt Lähmung steigert die Stärke. Hm. Stefan oder Maxi? Maxi. Stefan stirbt uns zu oft. Und das als Krieger. So mal Strähne. Bekommt auch der Maxi? Das war's dann auch schon wieder. Und Junge, wir sind schon wieder bei einer Stunde. Aber wie gesagt, Under-Type geht ja noch. Für die Specials. Schauen wir mal, wie lange das nächste Special dann dauern wird. Weil das nächste Special ist, glaube ich, auch wieder so aufgebaut, dass man nicht sofort alle Bosse besiegen kann, muss. Und von daher muss ich dann nur einmal den Weg zeigen. Und spar vielleicht etwas Zeit, im Gegensatz zu dieser Folge. Ich meine, hier muss ich zwar auch nur einmal den Weg zeigen, aber wenn die Bosse halt in einem Durchlauf alle aufkreuzen, dann dauert das etwas länger. Scheiße. Inzwischen sind alle 74. Na, schauen wir mal. Vielleicht werden die sogar bis zum Ende des Spiels noch 80. Aber das... Ja, ob das klappt. Ohne extra Level denke ich mal nicht. Aber so zwei, drei Level steigen die bestimmt noch. Scheiße. Ist doch alles scheiße. Ey, ohne Scheiß. Bei diesen Gegnertypen bin ich schon... kurz davor, die Magie von Basti einzusetzen. Also diesmal nehme ich das noch so hin. Aber... ab der nächsten Runde, bei denen mehr als ein Sensenmann vorkommt, bei der mehr als ein Sensenmann vorkommt, geht es hier aber magisch ab. Natürlich, er darf zuerst angreifen. Warum auch nicht, ne? Boah, nervt das. Unglaublich. Kann der Flo jetzt auch mal... Ach, mein Gott. Das wollte ich doch nicht. Eine Runde Heiliger wirken. Okay, bei den beiden Bereichen auch Normalangriffe. Ja, das erinnert doch so ein bisschen an... ...die allererste Dark Souls-Folge mit... ...der Länge von diesen Specials. Das ist doch auch was Schönes. Danke, Heil im Tiger. So muss das sein. Bitte nochmal fliehen, das war sehr nett. Ja, einer... ...einer will es dann doch wissen. Leider nicht gut ausgegangen für ihn. Ein Elixier. Das ist was Feines. Hey, wie? Das Untergeschoss, das ging doch auch sehr fix. Viele von uns Zwergen haben ihre ganz persönlichen Probleme. Und damit meine ich nicht unsere Größe. Aber vielleicht könnt ihr einigen von uns helfen. Wir werden uns bestimmen. Oh, erkenntlich. Zwergen, seid nicht verärgert, wenn einige von uns etwas mürrisch reagieren. Wir sind schließlich auch nur Zwerge. Ach, was ist denn jetzt wieder? Er will nichts wissen. Neuerdings habe ich mir das Sammeln von exotischen Musikinstrumenten zum Hobby gemacht. Okay. Nichts und niemand kann uns Zwergen das Wasser reichen, wenn es um Fingerfertigkeit und Geschick geht. Aber dafür benötigen wir das entsprechende Werkzeug. Oh, was soll ich da jetzt dran ändern, ihr blöden Wichser? Opa Nerik ist unter uns Zwergen eine lebende Legende. Kürzlich stand in der Zwerg, dass Opa Nerik einen Meereskanal ausgehoben hat. Leider fehlen mir zum Buddeln die richtigen Utensilien. Naja. Ein Lufenianer, der auf den Namen Siddert hat vor langer Zeit ein Luftschiff gebaut. Ich versuche ebenso ein Schiff zu bauen, aber mir fehlt ein Bauteil. Könnt ihr mir vielleicht suchen helfen? Das ist echt wieder so eine unnötig laufende Scheiße. Vor kurzem hat uns Naja. Kann ich nichts dran ändern. Ich hätte hier so gerne etwas Süßes. Ein Bernsteinbonbon käme jetzt wirklich gut. Himmel, Org und Zwirn. Ich habe meinen Hausschlüssel verloren. Wie komme ich denn jetzt bloß in mein Haus? Ihr kommt hier nicht durch. Ja, du bist ein blödes Arschloch. Ich habe solche Haussbauchschmerzen schön gekacken. Hm, was denn? Ihr wollt auch so eine leckere Ah, Bernsteinbonbon. Ja, geht doch. Immerhin gibt es hier keine Kämpfe. Ach ja, du hast das mit dem Haustürschlüssel. Genau, so. Huch, das ist doch nicht etwa ein Bernsteinbonbon. Ist der für mich? Der ist doch bestimmt für mich. Mein Dank, da zeige ich meines Dankes schenke ich euch meine Ocarina. Echte Zwergenhandarbeit. So, wer wollte die noch mal haben? Oh, nichts. Oh, auch nicht. Boah, machen Abflug. Ich habe irgendwie keinen Bock, das in zwei Teile aufzutunnen, selbst wenn es jetzt die anderthalb Stunden überschreitet. Ja, das ist ein Instrument. Ja, kannst du haben. Zeitschraube? Oder was habe ich da jetzt erhalten? Okay, die wollen schon mal nichts. Ja, der auch nicht. dem haben wir gerade was gegeben, ne? Ja. Du warst da mit dem Bonbon. Du warst da mit den Bauchschmerzen. Ja. Bla, 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 hier, Großzügigkeit, ähm, nehmt dies entgegen, Abbau von Edelmehlteilen, Spitzhacke. Er hatte Bauchschmerzen, der hat seinen Schlüssel verloren da unten. Ähm, was war hier drin? Ach, das war der mit den Bauchschmerzen, mein Gott. Ja, ja, ja. Macht mir gerade keinen Spaß, merkt man, glaube ich. Der hatte die Flöte. Moment. Ich habe doch ein Werkzeug bekommen, oder? Naja, was soll's. Ach, Erbel anscheinend die Spitzhacke, na denn... Neerex Autogramm machen Abflug, Arschloch. Hier haben wir doch gerade schon das eine gegeben. Hier vielleicht. Ja. Hexikament, ja, das ist bestimmt gegen die Bauchschmerzen. Ach, du warst das gar nicht. Du warst das dann. Ja, ja, bla bla. Okay, das Werkzeug, das ist dann für den einen Fuzzi hier. Warst du das? Ja. Beschwer' dich nicht, Arschloch. Ausschlüssel. Hättest du die Schlüssel auch dem selbst wiedergeben können, Arschloch. Katzenhaar. Müssten wir das dem mürrischen Zeitgenossen geben, der nichts sagt? Oder wer will das haben? Warst du das? Ne, du. Ja, der, der nichts gesagt hat. Genau. So, jetzt haben wir den Rubin und damit können wir den Golem beseitigen. Ich weiß nicht, warum wir den nicht einfach attackiert haben und platt gemacht haben. Naja, ist eine andere Geschichte. immer diese friedlichen Lösungen, die alles nur unnötig in die Länge ziehen. Wenn ich mir überlege, wie viele Minuten das jetzt gedauert hat. Ah, zack, zack, machen Abflug. Junge, bist ja langsamer als die Italiener, wenn sie wieder das Zeitspielen anfangen. Oh Gott. Mehr kann nichts getragen werden. Tja. So ist es halt nicht. Hoffentlich ist das der richtige Weg. Ja. 29. Untergeschoss. Teufelsanbeter. Oh je. Die gefallen mir vom Optischen schon mal gar nicht. Die tun bestimmt weh. Naja. Das war's dann wohl für die Teufelsanbeter. mehr kann nicht getragen werden. Expotion. Ja. Schön, schön. Oh, Klopfer. Jetzt kommen ja ein paar neue Gegnertypen. Die dürfen mal wieder vorrangig angreifen. Sehr nett. Naja, jetzt sind sie weggeklatscht. Ach komm schon. Ich hab die Faxe entdeckt. Glitzke, eine neue Fresse. Ich hoffe, es wird gut. Naja, wird schon gut gehen. Natürlich nicht. So eine Scheiße. Wofür hat man dann überhaupt Zauber, wenn es am Ende sowieso nichts bringt? Gut. Dann. Ah, wieder so viele Wege. und wieder ein Weg zu einer Truhe eingeschlagen und nicht zum nächsten Feliporter. Ein Gladiator und zwei Einhörner. Macht mir ja den Gladiator kaputt. Gut so. Gut so. Die sind scheiße zäh. Rotisring und Echo Kraut. Und nochmal Gladiator und Einhorn. Ja, der Stefan, der kloppt noch gut den Schaden raus. Das gefällt mir. Hey, jetzt Zeit für... was ist denn da jetzt los? Dann jetzt wüsst du, was hier Sache ist. Heilung, Heilung, Heilung. Dann speichern wir einmal. Er sagt nichts. Diese Schmerzen. Wartet. Warum passiert uns das? Was haben wir getan? Es tut so weh. Bitte löst mich nicht von diesen Qualen. Ach ja. Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Warum passiert uns das? Was haben wir getan? Er sagt auch nichts. Er auch nicht. Wir sind anscheinend zu Steinen, Herr Staat. Diese Schmerzen. Helft uns. Dieses Ding in dem Haus hinter mir hat uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Ich bin mir sicher, wir werden wieder wie früher sein, wenn es vernichtet ist. Bitte tut etwas. Ja, dann zack, zack. Geht doch. Wird das Arschloch jetzt platt gemacht? Ganz einfach. Kommt mit mir. Der Höllenzug. Huiuiui. So, Freundchen. Dann gleiche Nummer wie sonst auch. Riesenhandschuhe. Mumm. Und passt. Der setzt bestimmt auf Nahkampfangriffe. Proterra. Oh, Säurering. Huiuiui. Gut. Der Stefan ist jetzt dabei. Mumm und Hast auf den Maxi. Und Halga auf die Truppe. Ja, das ist guter Schaden. Dann Ah, der macht nur den Säureregen. Der soll er mal machen. Angriff. Mumm und Hast und wieder Halga. Und ab der nächsten Runde geht dann das große Angriffsfestival los. So, Angriff, 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 Heilung. Säureregen. Er und sein Säureregen. Was anderes kann aber nicht. Dann machen wir halt wieder Halga. In dem Kampf da gehen die MP vom Flur aber auch regelrecht runter. Ja, das war's dann wohl. Arschloch. Final-Alexier erhalten. Ein zarter Blütenduft schwebt in der Luft. Perfekt. Dann dürften die Dorfbewohner wohl auch wieder in Ordnung sein. Ach, wie putzig. Ihr habt uns gerettet, vielen Dank. Wie ihr seht, ist unsere Stadt ein Ort voller blühender Blumen. Sie verwelken nie, weswegen wir sie hüten wie unsere Kinder. Seid eine Weile unsere Gäste. Es wird eurer Seele guttun. Hust, Röchel, ich hab irgendwas im Hals stecken. Hust, Hust. Also, untotes Sterben nicht, oder wie war das jetzt? Vielen Dank, meine Freunde. Was war hier überhaupt los? Was waren das überall für komische Grabsteine? Ups. Warum hat der Höllenzug ausgerechnet in unserer Stadt Halt gemacht? Solange ich das nicht weiß, werde ich niemals in Frieden sterben können. Ja, dann wirst du wohl nicht in Frieden sterben. Ich werde jeden Tag in die Kirche gehen und dafür beten. Ja, ja, komm. Machen Abgang. Und fusch, und fusch in meine Schäne. Klasse. Herrlich. sind unsere Blumen nicht einfach nur wunderschön. Ihr habt uns also gerettet. Sehr schön. Vielen Dank. Man ist versteinert und kann sich nicht bewegen. Man ist aber bei vollem Bewusstsein. Interessant. Blumen, Blumen, Blumen. Ja, überall nur Blumen. Es ist, als wäre ich soeben aus einem Albtraum erwacht. Jetzt kann ich endlich wieder normal laufen. dieses ständige Schlurfen ging mir irgendwie auf den Keks. Was ist denn alles in der Welt? Hä? Ja, hä? Die Blumen duften wunderbar. Ihr habt uns das Leben gerettet. Ich weiß gar nicht, wie ich mich bei euch revanchieren kann. Aber ihr seid hier immer herzlich willkommen. Oh, das ist doch schön. Hier ist doch bestimmt auch irgendwo innen, ne? Irgendwie hatte ich nicht das Gefühl zu leben. Solange ich nicht weiß, ja. Nun kann ich endlich wieder an den kirchlichen Messen teilnehmen. Habt Dank, Kinder. Ja. Diese Gebäude, die etwas anders aussehen, da habe ich so ein bisschen Bedenken vor. Hier rein. Hier geht's nicht rein. Und da geht's da wieder hin. Da geht's auch nicht weiter. Da auch nicht. Ich hab Angst. Okay, da geht's weiter. Ist das eine vielleicht ein Platz, wo man sich heilen kann? Hoffentlich. Ich glaube, es gibt hier keinen Platz. Schade. Schade. Dann also so weiter. Ich meine, wir kommen ja klar, von daher. 31. Ja, das machen wir jetzt auch noch voll, also dafür werden wir keine weitere Folge anfangen. Blitzkasi weg. Perfekt. Ist das jetzt hier die neue Mode? Möglichst große Gruppen, die natürlich auch alle vor dir angreifen dürfen. Ach ja. So. Zack, zack. Ich glaube, normale Angriffe sind immer noch das beste Mittel. Alles andere hat ja keinen Sinn. Jetzt dürfen die wieder zuerst angreifen. Ich krieg die Krise, aber am besten die noch als 9er Pack mit Hinterhalt. dann bin ich echt gnadenlos bedient. Und ein Goldapfel und ein Weißzahn. Na komm, Goldapfel kommt der Basti. Ah, dann hat der Basti die Welt auch voller HP. Also maximale HP. Ja, da geht's nicht weiter und das ist scheiße. Koffein trink und kann nicht getragen werden. Auch nicht. Ach, wieder die Klopfer, die natürlich auch vor uns angreifen dürfen. Es wäre interessant, wenn die Folge jetzt auch so 1 Stunde 45 Minuten geht, wie die letzte Folge. Die letzte Folge hatte ja auch also die ungeschnippene Variante hatte ja auch im Endeffekt 40 Etagen. Nur weil das halt zwei Durchgänge waren, konnte ich den zweiten rausschneiden und so war die Dauer der Folge für euch halt kürzer. Ja, das muss natürlich ich jetzt auch wieder sein. Meine Fresse. Dieses Spiel will mich auch partout dazu bringen, doch noch zu fliegen. Ich glaube, in den nachfolgenden Spielen müssen wir mit diesem Grundsatz mal brechen, ansonsten kriege ich irgendwann die Krise. Ähm, naja. Aber ja, mein Lieblings Map aufbauen. Achter, ja, supi. Das ging ja schnell. Der Sekreto. Ah, der hält eigentlich, oh. Der tut bestimmt weh, wenn der angreift. Alter! Also, von denen möchte ich nicht zu viele treffen. Um Gottes Willen. Also, hier. Bitte schnell weg hier. Erdtroll, sind die auch so übel? Auf jeden Fall haben sie eine Migräne. Ah, die halten zwar auch ein bisschen was aus, aber die besiegt man immerhin in einem Rutsch. Silberapfel. Liftenmantel und Sommersträhne. So, der Silberapfel ist mal wieder für den Basti. Die Sommersträhne für den Maxi und gehört er einem Naturgeist des Windes. macht ihn schlechter, macht ihn schlechter, schlechter, Ja, ist scheiße. Ein Erdtroll ist gut. Mehr als ein Erdtroll ist scheiße. Okay, der macht doch nicht so viel Schaden, von daher ist es egal. nur diese Secreto, die müssen nicht nochmal kommen. Ach, Klopfer. Okay, so, wie schaut's denn aus? Natürlich wie Kalmer. Okay, der tut auch weh, wenn er den Maxi angreift. dann hier hoch. Nee, ach man. Wie ich sowas hasse. Aber auch ständig irgendein bekackter Zufallskampf kommt und man sich nicht vernünftig ein Bild machen kann. Da geht's nicht hoch. Wie komm ich denn da hin? Ach, ach. so, ja, ja, natürlich, jetzt zum Schluss nochmal. Ach, so, 36. Untergeschoss. Und wieder der Sensemann. Ha! Das muss man erstmal schaffen, einen Angriff auf den Flur zu verkacken. Versager. Natürlich jetzt drei wie Kalmers. und daneben. Jetzt füllen die das alle aus und gleich klappt es bei irgendwem. Ich seh's doch schon kommen. Komm, Flo, mach ihn weg. Guck mal. So. Links. Ach, ne Truhe. Ach, ne High Potion. Ach, noch ne Truhe. Und wieder der Blindwolf, der zuerst angreifen darf. Natürlich. aber die Truppe ist standfest. Dass die das Dungeon so gut übersteht, das freut mich. gut, die sind auch schon sehr hoch im Level. Das Dungeon ist für Level 60 oder so angesetzt. Oder was, 55? Keine Ahnung. Von daher. Aber was willst du machen? Wenn das Spiel dich so mit Zufallskämpfen zuscheißt, dann bist du halt im Level höher. Das ist ein halt schlechtes Gamedesign. Meine Fresse. Das ist ein Gamedesign für Flüchtlinge. Gegen Flüchten und so. Eine Hölle Nassel. Erdbeben. Natürlich kann die Erdbeben. Trotz Teil dann gerade die Truppe diese Protect-Ringe. Ich werde echt zu viel bekommen. Alter. Es nervt. Es nervt tierisch. Es tut mir leid für alle, die zugucken und sich drüber ärgern, dass ich mich so aufrege und genervt bin. Aber naja. Ist halt so. Ich werde es jetzt halt einfach in einem Stück durchbekommen. Ne, das Dungeon und naja. Dann ist die Laune nicht ganz so perfekt. Ich werde es jetzt antivistisch. vor allem für mich zu oder antivistische zu und mir . Wisst ihr, worauf ich mich schon richtig freue, wenn ich dann irgendwann mal Outlast-Streamer dann auch mit Webcam wobei das auch erst im Herbst, Winter was wird wenn es halt wieder, ach da geht es also weiter, wenn es früher dunkel wird natürlich natürlich dürfen die zuerst angreifen scheiß Hinterhalt kommt der Stefan mal paar High Potions schon wieder drei von der Sorte ja, Anti-Z, der Regenbogen-Zauber der Zauber für unsere schwulen Mitbürger jetzt aber zack zack es müssen aber auch immer fünf Klopfer sein, damit man die nicht in einem Zug platt machen kann und dann dürfen sie sich vor dir angreifen, damit es sich halt noch mehr verlängert komm ey, so eine lachhafte Scheiße wer weiß, was die wieder für ein Agilitätswett haben dass die so daher rushen können natürlich nicht ein Knocher selbst der Knocher darf zuerst angreifen warum auch nicht, ne ach scheiß doch auf die Truhe Tod ist gar geil ja, die dürfen wir auch wieder zuerst angreifen nur der Maxi durfte zwischendurch mal angreifen, weil der ja halt auch genug Agilität hat als Dieb und wir den ja auch noch nebenbei damit ein bisschen gebufft haben Willkommen in der Heimat der Feen Hier sind einige, die euch sicherlich helfen werden, aber seid auf der Hut Einige sind öfters zu derben Späßchen aufgelegt Am besten ihr sprecht einfach die Feen an, die euch sympathisch erscheinen Okay Ihr seht erschöpft aus Oh, voller AP-Heilung der Kruppe Das ist ja sehr nett Was seid ihr nur für Weichlinge? Ihr erinnert mich an diese Halblinge Ihr solltet es noch schwerer haben Alter Was bist du, für ne blöde Fee? Das Leben schenkt euch nichts Schreibt euch das hinter die Ohren Na, war das nicht erquickend? Ernsthaft Alle sagen, dass es hier sicher sei Aber ich will etwas sehen von dieser Welt Hier ist es langweilig Ohne Scheiß Wenn die Truppe jetzt drauf geht Flipp ich aus Wer? Komm, mach das Arschloch platt Perfekt Perfekt Voller AP-Heilung der Kruppe So Freunde Scheiß auf Feen Scheiß auf Das ganze Gebiet hier Ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken Eure Truhe klaue ich trotzdem Ihr dämlichen Biester Hey, der Basti hat jetzt auch 999 HP Sagt auch wieder alles aus Dass bei euch Zufallskämpfe möglich sind Ihr Scheiß Feen Fahrt doch alle zur Hölle Ihr habt es verdient Dass euch irgendwelche Händler Aus der Tiefsten Wüste In Gläser einsperren Oder sonst wo einsperren Mach doch einen Abflug Jetzt kommt man da nicht her Geht doch Mein Gott Ach, die Sensenmann-Arschlöcher Ja An die Z Dir mal ein Zurecht Und Tschüss Super 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 Vermachen Abflug Hört mal Vorhin habe ich da drüben gespielt Und dabei eine Treppe gefunden Danke Tschüss Und jetzt gehen wir hier weiter Im Angriffsvorteil Endlich mal was Positives Ja, von der Länge her Wird diese Folge auch Die vorherige Toppen Aber irgendwie war das ja auch Zu befürchten, wenn Man Die gleiche Anzahl an Etagen hatte Aber halt auch stärkere Gegner Hm So Da wären wir Wo ist er? Da ist er Dann das gleiche Spiel wie sonst auch Heili Heili Und diesmal auch Eta Eta Mensch, der Flo Zweimal 999 Bei HP und bei MP Oh, Stefan Da ist es nicht so wichtig So Key So, was erwartet uns denn hier? Panathos Den werden wir auch noch bei Secret of Mana kennenlernen Da gefällt er mir allerdings besser Gut Ähm Angriff Nee Ähm Buffen Das Buffspiel beginnt wieder Riesenhandschuhe Und Mum Und Hast Und Protera Transpra Ich weiß noch nicht genau was Erstmal Heilger Oh Okay, Protera ist eine gute Idee Dann Bitte Protis auf den Flo Der Maxi setzt jetzt auch mal Das Verstärken auf sich ein Der Basti setzt Mumm auf den Maxi ein Der Flo sollte mal zusehen, dass er sich heilt Die Targa Das sieht auch schon besser aus So Stefan darf angreifen Maxi darf angreifen Bekommt jetzt aber noch Hast ab Und der Flo setzt bitte einmal Protera ein Okay, der ist ganz schön zäh Dann Probieren wir mal Ob Nochmal Waffen Uns verstärkt Und Der Flo setzt jetzt bitte Wie Targa auf den Stefan ein Tja daneben Gut Dann schauen wir doch mal Wie viel Schaden das Stefan jetzt macht Und Währenddessen wird Nochmal der Maxi gebufft und Kommt Transfer Ha Daneben Ja immer noch nicht so viel Mal schauen was passiert Und was nochmal probieren Mumm Hast Aber Protera vielleicht auch Staken Mal schauen was jetzt passiert Er reicht auch In Vikra 800 1749 Ja, da lässt sich irgendwas stacken Dann Schau doch mal Ob du Mumm stacken kannst Auf den Maxi Und Der Flo soll mal weiter Vikra einsetzen Schauen wir mal Ob es wirkt Oh, das ist schön Angriff Angriff Probier nochmal Hast Und Flo Probier doch nochmal Protera Ewea Haha Daneben Ah, schön Angriff Angriff Nochmal Mumm Auf den Stefan Und Ja, was setzen wir denn jetzt mal ein Komm, der Flo Greif jetzt auch mal an Oh Oh 2070 Angriff 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 Mumm Auf den Maxi Und Vitarga Auf den Maxi Anruf 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 Kacke Kacke Irgendwas hab ich falsch gemacht Kacke Ja, was haben sich auf den Stefan gewirkt gewirkt. Dann halt jetzt auf dich selbst. Tja, daneben. So, Basti, dann nehm noch mal die Riesenhandschuhe und der Flo, der kann ja noch mal Transpa wirken. So, dreifacher Angriff. Angriff, Angriff, Angriff und Mortera. Viel Schaden macht der Basti leider nicht, aber besser als gar nichts. Soll ich den Stefan weiter buffen? Tja, daneben. Hey, Thanatas besiegt. Perfekt. Das Weichschwert erhalten. Ist das gut? Wo ist es denn? Das Weichschwert. Oh, benutzen, um Sanctus auszuführen. Ah. Sanctus. Aber das wird der Basti jetzt so einziehen. Boah, 161 Ausweichen hat er damit bekommen. Und Angriffskraft jetzt auch mehr als der Maxi. Das ist ja ein enormer Buff für den Basti. Junge, Junge. So, was haben wir denn hier? Ultima Schwert. Und das bekommt der Maxi. Der eigene Rest-HP ändert Angriffskraft. Junge, Junge, Junge. 127 Angriffskraft. Ich bin gespannt, was der Maxi jetzt raushaut für einen Schaden. So, zurück an die Erdoberfläche. Ja, bitte. Mensch, Leute. Lange Folge. Was soll's. Aber eine erwartet uns noch. Die wird vielleicht ein bisschen kürzer. Schauen wir mal. Also, macht's gut.